. Vis-à-vis der Bürgerschüren in Äsch ist nicht etwa eine Auto-Ausstellung von Porsche Club Basel. Es ist vielmehr eine Ehrerbietung an die Schweizer Rennfahrerlegende Heini Walter. Die Sonderausstellung wurde mit einer Wernusage feierlich im Heimatmuseum beim Schloss Äsch eröffnet. Der Heini Walter hat viele Jahrzehnte und bis zum Tod 2009 in Äsch gelebt. Er wäre dieses Jahr 90 geworden. Die Ausstellung im Heimatmuseum dauert noch bis März 2018. Sonderausstellung Die Sonderausstellung Die Sonderausstellung Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!